Norddeutscher Rundfunk 2021 Da ist das Ding! Mein Einstieg in die Elektromobilität. Der sieht ja fast so sportlich aus wie ich. Ich mag es ja, wenn man in vielen Disziplinen meistert. Niklas Kaul ist Europameister. Schön aufgeräumt, kein Fillefanz. Nur das, was man braucht. Wow, was ein Sprint. Einfach ein Champion in allen Disziplinen. Schönes Lenkrad, aber müsste das nicht eigentlich golden sein? Gut gemacht, Opel.